Die Ärzteschaft warnt, wie gesagt, seit 2003 vor einer Ökonomisierung der Medizin und diese Kritik lässt sich festmachen an dem seinerzeit eingeführten Fallpauschalensystem, das heißt der Einführung eines ungebremsten, der güterproduzierenden Ökonomie entliehenen Wettbewerbs. Selbstverständlich bewegen sich Mediziner bei begrenzten Ressourcen nicht im freien Raum, sondern müssen auch ökonomisch denken. Das Problem ist nur, dass die Priorität im ärztlichen Denken bei der medizinischen Indikation, bei der medizinischen Notwendigkeit im Interesse des Patienten liegt und erst in zweiter Linie bei den ökonomischen Kriterien. Wenn man Ärzte vor ökonomischen Übergriffen schützen möchte, dann ist derzeit die Situation auf dem Arbeitsmarkt relativ günstig. Das heißt, ich kann Ärzten nur raten, auch kritische Verträge durchaus nicht zu unterschreiben, sich an den VLK zu wenden. Wir werden bemüht sein, dann entsprechende Parallelsituationen zu schaffen oder anderweitige Arbeitsmöglichkeiten in Aussicht zu stellen.